Zauhrfuss Leute, so fünf fette Bälle, 75 Amraketen von Bürotechnik Sternheim, das ist ja der schöne Strauß. Eben hier sehen wir die Effektbildchen, die gibt es auch so im Punkt zum Kaufen. Echt schon zack, die Bälle oben. Stecken wir mal die da mal her. Eigentlich können wir sie gleich so raus starten. Was ist der? Ja, ich möchte schon eine. So ist es geil. Eben das Donner 60, F2. NM 75 Amraketen von Koko Free Corain. Also, schon von den Bezeichnungen. Wahrscheinlich so. So, noch einmal rum. Mit der ersten Kugel. Wenn du sie in der Farbe hast. Da ist sie gelandet. Die fliegen nicht so hoch wie die Aurora. So, die nächste. Was ich noch schauen will. Colorful Bione. Was ist Silber Palm? Und dann. Und dann. Im Zentrum. Warte, ich fliegen nicht so hoch. Oh nein, das geht gut. Das tut gut. So, dann haben wir da noch Silber Koko und du Böhl. Die Schremse ist auch schon. Weißt du die Schremse? Solange sie anhebt. Aber nicht so unmittelbar. Die war nicht so stark. Nein. Liegt wahrscheinlich an einem Effekt. Aber so, sie waren. Sucht. Das ist eine ganz nette Dinger. Da stecken wir uns an. Was haben wir da? Bocard Crown. Chris. Alles 75er. Ach so ist er. Natürlich freihergestellt in China. Ohhhh. Da kommen die Funken wieder. Schön. Boah die. Oh brutal. Zacht. Ja das ist echt zacht. Die gehen eigentlich schon ein bisschen zu weit. Kann ich jetzt behaupten. Blätterton Style. So. Da haben wir. Silber Glitter. Du. Crackling Willow. Willow. Last one. Ja. Dann haben wir. Letzter Schuss. Alter. Bist du Deppers. Alter. Bist du Gold. Boah. Der ist heute aber nicht zu weit. Nein. Boah. Der ist schon ein bisschen zu früh. Boah jawohl. Jetzt müssen wir echt los. Oh brutal. Boah. Da fliegt man das Zeug. Ja das ist echt zu weit. Ja ich sage einmal so. Das war's soweit gewesen. Das waren die fünf Stück Raketen-Kugel-Raketen-Set von Biotechnik Steiner. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Servus.